Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Fun-Let's Plays von TTT. Ich bin der Squawpiku. Ich bin die Killer-Kitty. Ich bin der Action-Creeper. Ich bin der Take. Ich bin der Killer. Oh, den Take hab ich ja voll vergessen, dass der noch da ist. Ich bin Innocent. Ich auch. Ich bin Detektiv. Me too. Was bist du? Detektiv. Achso, ich hab verstanden, ich bin eine Hete. Detektiv, ja, dann ist er auch Detektiv. Er ist ne Hete. Ja, ne Hete ist Hete. Da ist eine Kitty mit einer ganz komischen Waffe. Eine F2000. Ja. Ich hör komisch aus. Ja, ich weiß. Das war das Beste, was ich jetzt gefunden hab, auf die Schnelle. Gut, dass Skows einen Skin hat. Die sieht generell anders aus. Oh, da ist so ein Scheiß-Money-Ding. Ich bin bei dir in der Nähe. Hier ist ein Tour-Reit um die Ecke. Komm mit, hier vorne um die Kurve. Okay. Links um die Kurve rum? Ja. Ah, du bist auch. Du bist zu früh, hat COVID gegangen. Nein, um welche Richtung schießt du denn? Ja, zu mir hier vor. Oh. Gut. Äh, Creeper, du hast kein Skin. Tour ist weg. Gut. Creepers bei mir. Dann gehen wir doch von hinten ran, oder? Creeper ist bei mir. Ja, war gerade bei mir. Ja, ja. Denken, das hört sich ja ganz gut an. Ich war das nicht. Das war in der Bananenbombe. Ja, ich hab's gesehen. Ja, und Teg war in dem Raum. Ja, klar. Ich hab nicht mal die Marke anerlebt. Teg, Tiff. Wusste gar nicht, dass du hier bist. Ja, warum schmeißt du dann den Bananenbombe? Wer ist die Teg, Tiff? Äh, Griller. Ja, du bist Detektivier, ich bleib mal bei dir. Da ist ein... Griller? Halt dich halt erstmal. Ja, ich will erstmal aus dem Raum raus, wo ich starte. Ich beschütze dich mal in der Zeit. Und da einzigst du dann... Hallo Scorpico. Hallo Scorpico. Nein. Äh. Der Explosion war draußen. Davor. Der Explosion war drinnen. Da ist ein Creeper? Die war auch drin. Die war genau vor meiner Fresse. Ja, die war auch genau vor meiner Fresse. Und war super cool, ich hab's live. Weil ich ein bisschen weiter weg stand. Vom Eingang. Du bist ja gerade die Tröppe runter und ich stand im Beinke. Der war der einzigste, der da war. Wenn du mir nochmal zu nahe kommst, muss ich weiter. Schon wieder so viel Anti-Hass hier. Anti-Hass? Anti-Hass. Das, das, das Metal-Wort für, äh, für, äh, Liebe. Anti-Hass. Klingt viel besser. Ja, ja, ja. Anti-Hass. Warum ist es hier überall Blut? Keine Ahnung. Du musst dir mal Michael Göre, Michael Göre, angucken. Es ist Take. Eines mit, okay. Okay. Take ist frei zum Abschuss? Na, Take ist schon tot, toll. Ja. Ne, Second Jet, ne, doch nicht. Hat nicht funktioniert. Wichser! Entschuldigung. Warten ihr überhaupt noch da? Mau. So. Mit sieben verfickten Leben. Die Explosion war aber wirklich draußen. Äh, ich war auch noch am Leben. Chance. Achso. Die Explosion war wirklich draußen, nicht dran. Ja, vor mir hat sie... Ja, aber die war eigentlich draußen. Das... Wie die Räume, das geht auch durch die Räume durch. Das ist ja auch richtig so. Aber, ey, die Mine hat... Mein Hektron und die Mine, das sind die geilsten Sachen montan. Detektiv. Genau. Würde ich auch Detektiv sagen, hä. Wahnsinn. Ich war... Jetzt darf ich mich erstmal heilen. Hey, da schmeißt mich schon in der Ankerrat noch. Ich würde da drauf gehen. Wollen mal koscheln. Noch nicht, ich muss mich erstmal heilen. Da ist ein Creeper. Ohne Sinn. Was, wo? Was, bin ich nicht gesehen, oder was? Nein. Alter. Wo hast du Angst? Wenn bloß ich? Ja, er geht einer, ist, 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 der einzige Fass von der Tech-Vertor ist Kitty. Ach, Kittis Detektiv? Ja. Die versteckt sich wahrscheinlich wieder in ihrem Lieblingsraum? Nein. Nicht? Ich habe mich nur gerade woanders versteckt, weil ich mich heilen musste, weil ich Falschaden gekriegt habe. Achso. Na, wenn sie mir ist. Hallo, Griller. Hallo, Kitty. Gott, das will mir stehen da noch alles rum. Fehlt da nur noch ein Take. Sind wir alle jetzt? Ja. Ich will aber nicht, dass alle auf einen Haufen sind. Ich auch. Ich auch nicht, darum bin ich nicht da. Ich bin auch gegangen. Ich habe Angst. Ja, das passiert ab und an. Hallo, Griller. Also? Wenn ich tot bin, ist Griller. Wenn ich tot bin, ist Creeper. Was hast du für eine Waffe weggeschmissen? Ist das? Ah, G36. Gut. Nehmer mit. Jetzt soll es mal in Schrott. Kitty, mir kannst du wirklich vertrauen. Ausnahmsweise. Ja, ja. Das hast du schon das Erste. Machst du da. Es sagt er ausnahmsweise. Ich gehe mal wieder, Griller, macht mir Angst. Hab's Take gefunden, Herr Wahnsinn. Du machst mir Angst, wir sind alle. Super. Äh, geh weg. Na toll. Schön hast du es gemacht, Griller. Nein! Nein, warte doch mal! Wer lebt? Wer ist Traitor? Wer lebt? Niemand. Niemand? Also bist du Traitor? Könnte sein. Ja? Dann musst du erst zu mir kommen. Ah jo. Also, ich bin gleich in der Nähe. Bei mir? Ich habe nämlich gerade einen Körper gefunden. Hä? Einen Körper gefunden? Ja. Echt? Ja. Wo bist du? Ich habe Griller identifiziert. Er war inno. Ach so, da bist du. Na dann. Das war jetzt der Vorteil, dass er mich so lange totgelassen hat, also dass ich mitbekommen habe, wo du bist. Das war auch der Plan. Aber tut mir leid, du musst nochmal sterben. Ja, war das schon klar. Ich wollte gerade zurückschreiben, äh, Creeper, aber ich konnte nicht mehr, ich war dann schon wieder am Leben. Mhm. Ich habe das nicht gesehen. Tut mir leid, das hat er jetzt gerade angeboten, nachdem er alle da in der Nacht backt. Ja. Wollte ich ihm gerade schreiben, so. Das war jetzt echt eine arschige Nummer. Ja. Tut mir echt leid. Nee. Aber ich kann nicht widerstehen. Ansonsten den Zug genommen. Oh nein, ich bin schon wieder. Backt ihr schon wieder? Ja. Aber ist ja noch preparing. Noch erschieß ich euch nicht. Ich habe du jetzt gefunden. Cool. Oh, da backt ihr euch. Ich sehe euch. Äh, malo. Ich sehe euch wieder. Noch alle, ey. Creeper hat kein Skin und der Rest packt da eine Gegendruppe. Äh, ducken und springen, Leute. Ducken und springen. Ich gehe da mal weg, weil der Torhüter könnte jetzt einfach ganz einfach, äh... Wer schießt da? Wer schießt alle? Niemand erschießt alle. Doch, er geht immer, das hat geschossen. Scheiße. Was hatte ich für eine Wahl jetzt? Was hatte ich für eine Wahl als Traitor, wenn du in allen drin hängst? Selbstmord. Ich fuhre direkt daneben. Selbstmordbombe. Mit Disco. Ich wusste nicht, wer alles da war. Ich stand auch da. Ich wusste ja nicht, wer alles da war. Und ich kam nicht raus. Ich konnte machen, was ich wollte. Es ging nicht. Kjerd. Mit einem Laser-Schwert schubsen. Nee, ich bin auf. Doch, sie schon, weil oben, sie stand obendrauf, sie hat sich wegschubsen, also die anderen wegschubsen können. Laut, laut meinem Bild standen Leute über mir. Warte. So. Nein, du warst obendrauf gestanden. Ey, wo musst du schon eine Waffe? Weil ich die gerade irgendwo aufgesammelt hab. Oh, ich hab auch eine Waffe, cool. Nö, die will ich aber nicht. So. Da ist eine Kitty. So wieder? Ich bin Detektiv. Und ein Creeper und ein Skin. Hallo? Das sind alle. Ja. Ich will zum Detektiv. Nee. Doch, will nicht. Nö, egal. Ich sehe eine Kitty. Ja, ich will auch zu dir. Wenn da. Nö. Na toll. Bin wieder da. Nö. Doch. Oh, hier schießt ich gleich. Nein, tust du nicht. Ich werde verfolgt. Ich verängstige den Detektiv. Ja, du erschießt mich immer. Gar nicht. Nur manchmal. Dann halt anders. Oh, das war ein bisschen zu weit. Egal. Hinter dir ist ein Creeper übrigens. Ah, scheiße. Äh, ich habe es gerade gesehen. Ich sehe die Dinger. Nö, wo sind die? Ich höre sie. Wow, als verfolgt mich. Creeper, du bist dran. Wenn ich von den scheiß Teilen hier wegkomme. Vergiss es. Ja, okay. So ein Arschi. Siehst du, ich wollte dir tatsächlich nichts tun. Nein, ich habe gar nicht mehr. Ich will nicht sterben. Wo, da ist ja noch eins. Oder wie viele denn noch? Fünf Stück. Boah, haben wir jetzt dann. Ja, okay. Aber die Taktik war nicht schlecht, oder? Nee, war okay. Ja, aber ich habe gesehen, wie du dich getan hast. Das heißt, ich wusste, wo ich hinzuschauen muss. Ja. Dadurch. Ansonsten hätte ich dich wahrscheinlich so schnell nicht gefunden. Aber wegen unsichtbar machen schießen. Unsichtbar machen schießen. Na, die Idee war gut. Ich durfte nicht bei dir bleiben, also darfst du jetzt auch nicht mehr. Zicke. Ja. Selber schon. Also, wenn mich EGZ überzucht, ich bin in der Höhle. Hallo, Carla. Warum seid ihr jetzt beide bei mir? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Mach dir da. Mach dir da. Zieh dir beide auf mich. Also, ich war jetzt in der Höhle? Du warst in der Höhle. Hast du das mal aufhören, mich zu verfolgen? Nö. Nö. Oh, ich hab' geschossen. Von? Ne, was ist jetzt los? Carla, stirbt dich. Ich weiß, das heißt. Du hast gleich gut eingeschlafen. Gut, nicht gut. Nein, Carla hat die Ding gehabt, die hat den Virus. Ja. Ja, der Presser Brand Parasite. Ja, von euch beiden war das jetzt. Von euch drei, Entschuldigung. Ähm, ich war hinter dir, wo das passiert ist. Das war ich hier. Du hättest du ihn trotzdem anschießen können. Ja, ich bin ja gerade eben erst von der Höhle hergekommen. Und er war da hinten. Das war ja jetzt sinnfrei. Ja. Warum? So, ähm, der Herr Skopiko darf. Was, wie ich darf. Absage machen. Achso, äh, ja, das war wieder eine wundervolle Runde TTT. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus. Tot zau.